Warum sitzen die da immer einfach so da, die Geister? Das geht nicht. Hier, ich habe gesehen, du saß auf dem Bett. Eine schlimme Lüge hat Jimmy verbreitet über Dr. Bowles. Okay, was für eine Lüge. Ähm, was haben wir jetzt noch für Objekte? Wir haben die Armbrust, den Hochzeitsring. Whiskyflaschen, die waren aber für das kleine Kind. Und? So, Feen. Koffer. Okay, hat das was mit der Armbrust zu tun? Dass der ihm wehgetan hat oder so? Okay, nein. Ähm, dann nochmal das hier. Hat das mit der Heizung zu tun? Okay, er hat keine Antwort. Du hast diese verbunden. Oh, nein. Oh, nein. Nein, wartet. Was will ich verbinden jetzt? Ähm, die Heizung. Aber er macht nichts mit der Heizung. Was machen wir? Ist Jimmy der Typ mit der Klatze? Jimmy ist der Typ, ähm, äh, nee, dieser Typ, der mich verfolgt, dieser Clown. Ryzen, danke schön für dein Follow. Danke sehr. Nimm das Valium, dann hat man nicht so eine Angst. Okay, also, es muss irgendwie das hier sein, aber was für eine Lüge. Gefährliche Heizung. Schwert. Die Erzepalm. Koch mit Hochzeitsring. Trophäen. Terpentin und Feuerzeug. Koffer? Oh, du fragst besser Jimmy. Okay. Ein Schwert? Ich glaube, Schwert hatten wir schon bei dem Kind. Okay, das ist auch falsch. Also, wir können mal Schwert versuchen, aber ich glaube, ähm, der hat doch das Kind mit dem Schwert verletzt, oder? Vielleicht kann man es zweimal nehmen. Dass er ihn bedroht hat oder so. Okay, nein, er weiß es nicht. Ich muss auch kurz aus dem Raum rausgehen, weil der Geist gleich weg ist. Geh kurz raus und dann wieder rein. Vielleicht ist hier auch noch ein Item oder so, aber hier war die Armbrust drin, ne? Ja. Okay, ähm, dann würde ich ihn noch mal fragen zu der Heizung. Können wir da noch eine Frage stellen? Nee. Füge hinzu zum Paaren. Zum Paaren. Stelle eine Frage. Das nehmen und das nehmen. Aber das hatten wir auch schon, das Beruhigungsmittel. Ich hab's Gefühl, mir fehlt ein Item. Hochzeitsring, Kochmütze, gefährliche Heizung. Dr. Bose hatte keine Antwort. Raum 222 wäre der nächste Geist schon. Aber ich kann grad nichts anderes machen, ne? Wir hatten das ja alles schon. Außer die Heizung. Okay, dann das mal 222 nehmen. Da ist aber der nächste Geist schon. Aber vielleicht müssen wir jetzt... Keine Ahnung. Im Schrank kann man sich nur verstecken. Wir müssen uns auf jeden Fall... Scheiße, da vorne war er. Wir müssen uns auf jeden Fall... merken, dass er im Raum 216 ist. Also, ähm... Dr. Bose. Jimmy ist in der Nähe. Und da bin ich hier rein, oder? HAAH! Was findet man im Badezimmer? Da kann man sich auch nur verstecken drinnen. War das ein Hund? Ich frage den noch mal. Was hatten wir denn noch nicht? Ey, wieder. Ja, was geht. Hello. Ähm. Ich dachte, wenn Jimmy realisiert, dass er beim Lügen erwischt worden ist, würde er sich mit mir beschäftigen und mir gehorchen. Stattdessen erfand er nur eine weitere Lüge. Diese war nur viel schlimmer. Es war die schlimmstmögliche. Wir fehlen Items. Ich glaube auch. Ich glaube, wir hatten... Wir haben das ja alles schon. Außer die Heizung. Ja, lass mal zu 222 gehen. Ich glaube, es hat er gerade wirklich an den Items. Er lässt mich aber gerade nicht gehen. Er lässt mich einfach nicht gehen. Ey, wieder was geht. Willkommen. Beim Einscheißen. Supi. Shit, 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 shit. Kommt er jetzt hier rein? Habe ich einen Schlüssel? Habe ich einen Schlüssel? Habe ich einen Schlüssel? Habe ich nicht? Cool. Maya. Mandy. Ich gucke mal kurz hier. Das ist Jimmy. Das ist Dr. Bose. Okay, ich gehe in 222. Okay, wir müssen für beide Charaktere gerade in die 222. Raus und rennen. Okay. Okay, Chat. Raus und rennen. Nee, doch nicht. Warte. I see you. Okay, seid ihr bereit? Wir rennen jetzt. Speedrun, speedrun, speedrun. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. Ich glaube, ich laufe ihm gerade komplett in die Arme rein. Okay, diese Seite. Ah! Fuck! 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 Okay, er hat zugemacht. Er ist weg. Sei es im Gruseln. Juhu! Wenn man sich frei bewegen könnte, wäre auch krass, ne? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh Gott. Oh, ups. Sorry, Mikro. Ah! 219. Brust 222. Hier habe ich keinen Schlüssel. Scheiß Clowns-Bilder. Ah! Letzte Trecks-Ecke hier. Okay. Hier müssen wir rein. Weil alle anderen schon tot sind. Weder. Alle anderen sind schon gestorben. So. Hier muss doch jetzt ein Item sein, was mich weiterbringt. Oh. Head admits to violent abuse at private school. Accused. Oh. Okay, das war also die Lüge. Gut. Das war das Item, was wir finden müssen. Die, ähm, Fake News. Und jetzt zurück zu Raum 216. Das Lachen fand ich grad viel zu ungeil. Erstmal kurz hier reingehen. Nee, wir sind richtig gerade. Wir müssen jetzt zurück zur 216, weil da ist der Geist von Dr. Bose. Und jetzt, wo wir diese Fake News haben. Okay, er ist hier, er ist hier. Guck mal, hier so rein. Okay, ist nix. Vielleicht hier? Und Schlüssel. Ah! Oh, schnell! Zimmertür ist geschlossen. Er ist safe im Badezimmer drinnen. Er ist im Bad, er ist im Bad, er ist im Bad, er ist im Bad. Schnell raus. Hier ist er, er ist in der Nähe. Oh, ich will es gerade echt nicht machen. Okay, er war im Bad drin. Ich bin nur ganz schnell abgehauen. Der Penner war im Bad. Wo geht's denn hier lang? Hier hinten. Ah! Er ist halt genau hinter mir, er ist genau neben mir, hinter mir, was auch immer. Fuck. Scheiße, ich konnte den Schlüssel nicht auswählen. Oh, okay, wir sind tot. Ich konnte den Schlüssel nicht auswählen, er weiß, dass ich hier drin bin. Schlaf gut, Mini. Danke, danke für deine Zeit, Freunde. Schlafen Sie gut, wir sind tot. Ich hätte zusperren können, als ich rausgegangen bin. Okay, ich hatte irgendwie Angst. Wir sind tot, er kommt rein. Oh! Ich hatte irgendwie Zeitdruck. Ich hatte sehr Angst. Wie, er hat mich hier reingehen sehen und ist... Hä? Okay. Ah, ich bin sogar im richtigen Raum. Ich schließe jetzt mal zu, aber... Okay, ich habe keinen Schlüssel dafür. Ah, ich habe keinen Schlüssel für diesen Raum. Aber ist hier Dr. Bose. Okay, dann das mit dem Bett und Sammelalbum. Schlaf gut, Mini. Komm gut ins Bett. Okay, also ist es das hier. Es muss das hier sein. Dass er gestorben ist, in der Gefängniszelle oder so stand da. Also müssen wir wieder runter jetzt. Zurück ins G. Einen guten Meter fallen lassen. Let's go, Mini. Gib alles. Sammelalbum. Drittes Geschoss. Okay, ich gehe erst mal ins G. Sind wir safe? Ich höre ihn. Oh mein Gott. Unschön. Sehr unschön hier alles. Mach's gut, Mini. Ciao, ciao. Schlaf gut. Okay, er geht wieder. Wir sind lange nicht mehr gestorben. Das geht gerade einigermaßen, oder? Aber ich will jetzt nicht jinxen, weil sonst... Sonst kommt der jetzt. Ich bin nur für den Fahrstuhl. Alle. Ja, bitte? Traunhaft, 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 ganz schlimm, ganz schlimm. Ich glaube, hier geht es nicht lang. Falsche Richtung. Boah, wer macht das? Wer baut so eine Kacke hier? Wirklich? Okay, jetzt schnell. Fahrstuhl. Wir müssen ins Erdgeschoss. Oh, saved. Hey, Paul, die was geht ab. Hello. Lautes Klopfen an einer Tür. Hier? Okay. Nee, falsche Seite. Okay, hier wird es irgendwie... Da hinten? Achtung, wir drehen uns rum und es steht wieder jemand da. Okay, ist es Dr. Bows? Dr. Bows im Spielzimmer. Entschiede, die Kontrolle zu übernehmen. Ein für allemal. Hat er sich selber umgebracht? Hat er sich was gespritzt? Was heißt das? Ähm... Hat er sich die Erzepam gespritzt? Hat er sich die Armbrust reingejagt? Okay, nein. Ähm... Was hast du dann angestellt? Was stand denn in diesem Zeitungsartikel? Schwert. Hast du dich mit dem Schwert erstochen? Hast du Jimmy betrot? Okay, nein. Das ist es auch nicht. Ich geh nochmal kurz hier raus. Was ist mit den Flippers? What? Hier, ich geh nochmal kurz hier rein. Ich hab das Gefühl, dass mir schon wieder ein Item fehlt. Okay, was könnte es denn noch sein? Whiskyflaschen? Vielleicht hat er sich betrunken? When you said you decided to take control once and for all. Does that have anything to do with what you said about the whiskey bottles? Okay, ich geh halt nicht mit Kontrolle zu tun. War dumm. Nee, war dumm. War dumm. Mir fehlt schon wieder ein Item. Lass mal den Spiegel lunzen gehen. Ja, ich glaube auch, Franz. Ein Item, was mit Kontrolle zu tun hat. Also entweder wieder irgendwas, womit er sich umgebracht hat oder Jimmy bedroht hat. Hier, Dr. Bows. 220. Okay. Wir müssen wieder hoch. Okay. Raum 220. Sammelalbum. Dritter Stock ist Harvey. Das ignorieren wir. Erstmal. Ey, falls ihr irgendwie Chat an die Twitch-Menschen oder an die YouTube-Menschen, und falls ihr irgendwelche Spielwünsche habt für einen Oktober, was irgendwas mit Horror zu tun hat, dann schreibt mir das entweder in die YouTube-Kommentare oder in den Twitch-Chat oder so. Falls ihr ein cooles Spiel kennt, was man relativ in einem Stream durchspielen kann. Alle Jackie, es ist grauenhaft, dieses Spiel. Es ist sehr grauenhaft. Sehr gruselig. Ey, machst du nicht. Alles gut, Franz. Du gibst mir ja nur Tipps. Ja, ich weiß, Jackie. Ich kann es mir auch bei keinem Kontrolle angucken, der das gespielt hat. So, mittlerweile bin ich drin. Es geht, aber es ist sehr schlimm. 220. Okay. Yo, Jimmy! Hab ich ein Lager? Ich bin tot. Er kommt rein. Er kommt rein. Das war's. We dead. Oh, wir sind nicht tot. Oh. Man kann mit dem Lautsprecher-Teil, genau, mit diesem Gerät hier, so einen Voice-Receiver, können wir mit diesen toten Menschen sprechen. Die Sims ist Horror. Ey, Sims ist lustig. Da habe ich nur Kacke gemacht. Hast du Poppy Playtime gespielt? Habe ich gespielt, yes. Poppy Playtime 1 und 2. Der ist immer noch in der Nähe. Ich glaube, er steht direkt vor der Tür. Jenny. Monka, Christ, ich gehe jetzt hier raus, okay? Speedrun. Wenn ich mir jetzt um... Wow, okay, alles klar. Scheiße. Ah! Kill. Ich wollte gerade sagen, wenn ich mich jetzt umdrehe und der steht dort, never mind. Ist egal. Toll, jetzt muss ich wieder rausgehen. Es war so klar, es war so klar. Jackie. Nice. So dunkel. Das ist ein sehr schlimmes Spiel. Uh, Pult 86. Fuck. Komm, wir haben es zur Hälfte durch, oder? Wir haben... Wir sind beim... Nee, wir sind nicht zur Hälfte durch. Ich muss wieder in den ersten Stock mein Geistergerät holen. Weil ich hier Geister anrufen kann. Hier, ne? Nee, doch hier. Wer baut so einen verwinkelten Müll hier? Okay, sehr gut. Erster Stock. Let's go. Hm. Ah, okay. Ich wollte gerade schon schreiben, jetzt lauf... Jetzt lauf den um und ganz schnell durch. Ich verstehe auch nicht, warum wir nicht die Böse jetzt spielen. Ich habe eine Armbrust und ein Schwert in meiner Hosentasche. Okay. Hier weint eine Frau. Was ist das? Können wir das ausmachen? Ist nicht gut, wenn Frauen weinen. Irgendwo heult eine Frau. Wir ignorieren das einfach. Ich habe keine gute Erfahrung mit weinenden Frauen. Weil meistens haben die weiße Kleider und schwarze, lange Haare. Wir gehen einfach. Wir gehen einfach. Oh, dann kommt das aus dem Radio. Wie oft gestorben? Einmal? Einmal wie noch? Erster Stock. Oder? Zweiter Stock. 220. Ich glaube 220. Ich habe schon wieder vergessen. Uiuiuiui. Jimmy. Wenn ja, dann da lang. 218. Ja, ja, ja. Bei Lando. Na, 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 na. Ja, ja, na, na. Boah, Dingo. Ganz fies, ganz fies. Vielen Dank für deine Kanalpunkte. Ich lieb's doch. Ich bin auch dafür, dass wir den wegplatschen, wirklich. Ja, ich bin auch dafür, dass wir den wegplatschen, wirklich. Okay, Dictables. 220. Ach, mir fehlt ein Item. Stimmt, Franz. Ich bin wegen dem Item hier. Item? Wo Dr. Bose sagt, er will Kontrolle zurückerlangen. Und irgendwie muss er ja gestorben sein. Hier, ne? Hier reingucken. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Die Frage ist jetzt, ist er jetzt in Raum 216 oder ist er jetzt wieder unten? Ah, im... Da war gar nix. Im... In der Sp... Oh, okay. Alles klar. In der Spielhalle. Ich glaube, in der Spielhalle. Können wir hier zuschließen? Bis ich hier aber auch einen Schlüssel gefunden habe. Ne, ich bin ja gestorben. Ich glaube, in die Spielhalle. Hier ist noch rot. In der Nähe. Ach, was für ein schönes Spiel. Wirklich. Freut mich, dass wir heute zusammengekommen sind zum Montagabend, um sowas zu spielen. Was ist denn da draußen? Er ist immer noch in der Nähe. Und warte zuerst, bis du in Sicherheit bist. Ich rufe den jetzt. Schreien. War das jetzt eine dumme Idee? Jetzt sind wir nach hier. Der geht einfach nicht. Was machen wir jetzt? Als ob der die ganze Zeit neben meiner Türe steht oder so. Ja, ich bin froh, dass... Ey, unspaß. Der Grund, warum ich damals angefangen habe zu streamen, ist, weil ich Angst hatte, alleine Horrorspiele zu spielen. Aber weil ich trotzdem gerne Horrorspiele spiele. Deswegen habe ich angefangen zu streamen, um Leute da zu haben, die das mit mir spielen. Jimmy ist in der Nähe. Ah, guck mal, wir können auch zuschließen. Treppe, Etage 2. Oh, wir können einfach durchs Treppenhaus. Okay, aber er ist jetzt... Er ist weg. Ah, doch nicht. Oh, Junge, Junge, Junge. Die Tür geht nicht zu. Die geht nicht zu. Wir sind tot. Oh, wir sind nicht tot. Ein Traum. Ich komme jetzt hier aber nicht gerade wirklich weg, oder? Ich bin halt auch so ein Schisser. Ich spiele das hier mit Tipps da oben. Weil sonst ohne würde ich es nicht schaffen. Okay, ich höre ihn. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Er ist hier noch irgendwo. Jesus Christ. Okay, nee. Oh, es ist so schlimm. Warum? Ich muss raus. Ins E. Ins E. Oh, ich führe dieses A so sehr, Jackie. Extrem wäre doch voll klar gegangen. Ich glaube, wenn du das Spiel auf Extrem spielst, dann musst du von vorne anfangen, oder? Wenn er dich findet. So, rein in die Spielhalle. Ich hoffe, er ist jetzt noch hier. Nicht, dass er doch in der 216 ist. Ist jemand da? Ah! Hallo, hallo, hallo? Harvey? Bose? Yes, I'm Dr. Bose. Yes, I'm Dr. Bose. Schön. Yes, I'm Dr. Bose. Hier, ich habe mal eine Frage. Ich habe so eine Wäscheleine gefunden. Rose zeigte mich an. Ich wusste, sie würde mir meine Zulassung wegnehmen. Ich hatte keine Karriere, keine Zukunft. Ich entschied, die Kontrolle zu übernehmen. Ein für allemal. Bitte sag mir nicht, der Minion hat mich sehr... Es war ein Experiment. Er hat sich erhangen. Safe. Was macht man sonst mit einer Wäscheleine? Außer Wäsche aufhängen. Blowingpins? Weißt du es so? Ich habe experimentiert mit der Wäscheleine, aber es war zu tief. Ich habe eine Röse gefunden. Ich hatte noch meine Kieze in den Hotel, also ich habe in einer Nacht gebrochen, während ich aufbauen war. Oh nein. Ein Glück hat das Spiel keine Stimme mehr kennen. Boah, das wäre richtig schlimm. Oder wenn er so deinen Namen ruft. Das wäre krass. Stell dir mal vor, ich hätte meinen Namen eingeben können, so. Und dann hätte der so gerufen, Mandy. Mandy, wo bist du? Ich sehe dich. Wir müssen in den Keller. Der könnte hinter jeder Ecke sein. Yes. LG. Trauerhaft, trauerhaft, trauerhaft. Hier hin? Oh, es flackert. Okay, Achtung. Wenn wir uns jetzt rumdrehen, kommt irgendwas. Oh no. Dr. Bose tötet sich. Dr. Bose tötet sich. Is it Dr. Bose? I'm Dr. Bose. I saw you tying a rope around your neck. You killed yourself. Why? I'd had enough. There was no going back. My life was over anyway. Okay. Okay. Boah, ich finde aber, dass es nicht... Dass es keine Option sein sollte. Vorhänge? Okay, Siri. Du hast Dr. Boses Geschichte vervollständigt. Der hat sich erhängt. Holy shit. Kommt das Seil beim Bungee Jumping nicht um die Füße? Nee, der ist, ähm... Der hat den Fahrstuhl... Der Fahrstuhl ist hochgefahren und der Typ hat sich halt erhängt. Der Fahrstuhl ist hochgefahren und... Ja. Ich fände es auch schlimm, wenn man den Namen eingeben könnte. Okay, ähm... Das heißt, wir haben Amy fertig. Wir haben Dr. Bose fertig. Es wurde noch von einer Rose gesprochen. Und von einem Harvey. Der Hotelbesitzer. Das heißt, ich würde mal kurz... In die Küche, um dann dort in den Spiegel zu gucken. Ich glaube, wir müssen irgendwas dritter Etage. Und was war jetzt in diesen Fake News nochmal drin? Irgendjemand ist in der Zelle gestorben, habe ich gesehen. Was war mit Dr. Bose? Was waren das für Fake News? Ich liebe es. Zeitungsartikel. Dritter Stock. Okay, wir gehen in den dritten Stock. Warte, dritter Stock? Ballsaal? Hier ist Ballsaal. Okay, wenn ich schon mal hier unten bin, gucke ich mal in diesen Saal hier rein. Och nee. Ah! Gott, ich scheiß mir in die Hose. Ich bin die Nacht, die in die Schmerzen die Schmerzen erinnert. Ich allein bin Narstan. Was? Taste hoch auf der Bühne. Oh, Franz-Cati, die süße Maus. Okay, keine Ahnung. Ich gehe jetzt erstmal in die drei. Hey, bald ist schon wieder Mary Chryslers Chat. Kennt ihr dieses TikTok? Merry Chrysler. Merry Christmas. Merry Chrysler. Drei. Wir haben noch nie das Telefon gedrückt. Was passiert, wenn ich das Telefon drücke? Kommt da SOS? Probier mal. Vielleicht geht jemand ran. Na klar. Das geht natürlich nicht. So, wo will mich der Kompass jetzt? Äh, ich gehe einfach mal hier rein. Irgendwo. Hä? Hier rein, irgendwo. Stimmt, damals hieß es noch Wine. Stimmt. Du hast eine handgeschriebene Notiz. Auf Wiedersehen. Dear Mom, I'm sorry for everything. Goodbye. Okay, Spiegelzeit. Da ist wieder dieses Sammelalbum. Irgendwie ist das mein einziger Tipp, oder? Ups. Oh oh. Jimmy ist hier oben. Warum? Warum? Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ich war jetzt unten, habe das Hugo-Ding gesehen. Aber, hier ist es? Aber, hier ist es? Hallo! Gott! Jesus Christ!